Ein kreisrunder Wanddurchbruch ohne ein Ausbrechen der betroffenen Wand? Geht das? Klar geht das! Wir zeigen wie. Was es braucht, ist eine Schablone. Ein Stück Schaltafel hilft uns dabei. Wir haben den benötigten Durchmesser bereits angezeichnet und das zentrale Loch gebohrt. Danach bohren wir entlang der Markierung ein Loch nach dem anderen durch die Schaltafel. Der Durchmesser dieser Löcher ist dabei so groß wie der Durchmesser unseres Mauerbohrers. Jetzt können wir mit dem eigentlichen Mauerdurchbruch beginnen. Dazu bohren wir zunächst ein Loch im Zentrum des benötigten Durchbruchs. Das gelingt perfekt und ohne Probleme. Als nächstes führen wir eine Gewindestange durch das eben erzeugte Bohrloch und befestigen die Schablone mit Unterlegscheiben und Muttern. Jetzt wird gebohrt. Den Bohrer führen wir dazu möglichst im rechten Winkel zur Wand durch die Schablone und erstellen ein Bohrloch nach dem anderen. Was tut man nicht alles, um das Ausbrechen der Wand auf der Außenseite zu verhindern? Sind die Löcher einmal gebohrt, nehmen wir die Schablone ab und stemmen den Wanddurchbruch mit dem Bohrhammer und dem Meißelaufsatz vorsichtig frei. Lediglich der Überleger des Fensters hält ein wenig auf. Sonst geht die Arbeit zügig voran. Aber schon bald ist auch das geschafft und der Wanddurchbruch ist fertig. Da kommt Freude auf! Hat Dir das Video gefallen? Abonnier uns doch!